beim ersten schritt in die freiheit habe ich nicht alleine mit den anderen einen schwur geleistet dass wir alles daran setzen wollen dass so etwas nie wiederkommt dass man menschen verfolgt weil sie anders denken weil sie eine andere farbe haben eine andere religion weil sie gegen die gewalt sind weil sie ganz einfach sich selbst sein und nach ihren eigenen regeln leben wollen niemals vergessen niemals diese zeit vergessen die menschen sollen das als mahnung aufnehmen was geschieht wenn freiheit und demokratie zerschlagen werden und die gewalt oberheit bekommt und fliegt mi vida 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 Eeeeee Eeeeee Eeeeeeeee Amen.